Wo gehst du hin? Äh, nimm's! Doch, du bist gegangen. Du bist gegangen. Du hast nen Heiltrank mit aufgesammelt und Geld nehmen. Okay, jetzt musst du nach rechts. Nach rechts, nach rechts. Und da hoch. Hey, Officer Buttbaby! Das ist Buttbrady! Warte... Ich werde mich aufs Zuschauen, neue Kind, auf Facebook. Ich hoffe, dass du viele Kattbilder postest. Äh, äh... Hallo, Lady! Kannst nicht jeden ansprechen. So, du solltest vielleicht auf die Karte gucken. Ja, ich glaube auch langsam. Einmal ist rechts lang. Genau. Kann ich auch... Äh, Astro City Hall ist tatsächlich... Da unten ist noch ein Ausrufezeichen. Da, da könntest du auch hin, dann müsstest du auch wieder runter. Wo war ich grad? Ich war grad... Da. Da, wo der Pfeil ist. Hier, hier war ich grad. Da, wo der Pfeil ist. Da, wo der Pfeil... Ja, aber da bin ich doch grad, oder? Du bist in dem Gebiet, ja? Genau. Und du warst grad in dem Gebiet. Hier, genau. Richtig. Ah, gehen wir erstmal runter, oder? Ja. Ja. Das hier ist der Marktplatz. Das hier ist, wo die Heroes kommen können. Unplanned Parenthood. Und Abtreibungen. Oh. 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 Ah, das ist einer. Oh. O. O. Oh. dann kannst du nicht rein schade schade Alter Krawallmacher hier was denn du? niemand mit dem du reden kannst Fotododo 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 Ok Manon Kodiak Fotododo Awww Das sind ein paar Fotos Hey, du bist ziemlich gut geschaut, Junge. Habt ihr immer über Modelingen gedacht? Ähm Ich war immer ein Modell Ah, ok Schon klar Ähm Die kannst du angreifen, wenn du willst. Oder einfach nicht beachten Kann ich an denen irgendwie sehen, wie hoch ihr Level ist? Nö Das heißt, es kann schon mal ganz schief gehen, wenn ich die einfach so angreife Nö Sind die immer auf meinem Level? Normalerweise ja Oh Streit Okay Ähm Mischenbogen kannst du den dahinter angreifen, oder beide? Beide gleichzeitig Genau, nicht rumtrödeln Ja Elfischer Schwertkämpfer Jemand den mächtigen? Stimmt, aber der hat ja keinen Schild Tja Und mit dem? Oh, 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 oh Ja genau, ne, du kannst nicht beide treffen, die stehen, müssen nebeneinander stehen, nicht hintereinander Okay Okay, ja, gut Stehen noch nicht nebeneinander Na, ja, 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 ja Hauptsache Sommer der Gerechtigkeit Ich weiß nicht, ob das ist Ah Ich habe nur... Mal sehen, ob es funktioniert Das war nicht so schlimm Wir machen das immer, richtig? 50? Ich glaube, da kann ich das schon probieren Ja, ja Weg damit Deshalb mag ich meinen Mörder Ähm Du hast keine Mahnepunkte mehr Heilende könntest du, aber musst du nicht Ach, stimmt, kostet nix, ne? Jetzt sind wir 45 gehalten Okay Boom Ein Leben hat er noch Wenn du jetzt, 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 wenn du jetzt drei Mal perfekt blockst, dann könntest du ihn dann töten Oder musst nur einmal machen. Achso! Schlag doch drauf! Schlag doch drauf! Das hat uns so viel Zeit gekostet jetzt! Der eine liegt am Boden, der andere läuft da vorne. Sieg von Verfahrungspunkte. Geld. Alter, wer ist das? Ich gehe nicht zurück da. Eigentlich möchte ich da stehen, wenn du ein Fetisch hier bist. Ah, das ist eine Kiste. Gesundheitstrank, Heiltrank und Dutt Perücke. Eine Dutt Perücke. Perücke? Perücke, ja. So, aber wo muss ich hin? Ich bin schon ganz in der Nähe. Ah! Ases of Fire 2. Ases of Fire... oh, komm mal. Hm? Nee, da kannst du noch nicht runter. Ah. Hab ja voll viel gebracht. Terence und Philip Ases of Fire 2 in 3D. Langsam. Langsam. Lang... Hallo? Ich hau es aber auch langsam. Hehehehe. Da ist noch eine Fahne. Wuh! Dunkle Wiesen. Oh Mann. Tag mir los! Okay. Da musst du rein. Tipp. Es sagte etwas wie... Ho di ho. Ho di ho. Ups. War es aber egal. Der hätte es da beim Wachmann hingehen müssen, ne? So, da muss ich hin. Jep. This is a gated community, sir. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. If you try again, I will pepper spray you back to the stone age. Hehehehe. 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 Neue Quest. Torzerstörer. Du solltest dir die anschauen. Wo du jetzt hin musst. Links. Oben. Links um. Da unten kann ich noch hin. Und... Genau, das ist ein anderer. Da links oben. Das ist für die Mission, die du jetzt hast. Torzerstörer. Jimbo's Guns. Was ist das? Das ist der Tower of Peace. Oh, der schaut cool aus. Der ist die ganze Zeit nur nach links laufen, ne? Kommst du noch hin. Genau. Einfach nach links. 25. 25 ist Speed Limit, okay? Also nicht zu schnell, okay? Neue Nachricht von Cartman. Auf der Homepage. Alter, jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst. Warte, das muss ich mir noch mal ansehen. Wenn man weiß, was kommt, das ist sogar noch lustiger. Ja? Na, bei Jimbo's Waffen gibt es dann auch so ein paar Gasmasken. Die Pfefferspray als selbstverständlich total nutzlos werden lassen. Komm vorbei. Na toll. Und hier ist die Mall. Sorry, South Park Mall is closed. Sure is a lot of walking. Ja. Viel backtracking und so. Shitty Sushi. City. Der Besitzer sagt aber immer Shitty Sushi. Ach so. Welcome to Shitty Sh... Ne, was sagt er? Shitty Walk ist ein... Nein, das ist Shitty Walk. Tower of Peace. Friedensturm. Da kannst du... Nicht fallen. Dachte mir noch. Excuse me. Kann ich dich hauen? Klar kannst du sie hauen. Aber es bringt halt nichts. Den kann so hauen. Da ist der Shitty Walk. Hau ihn, hau ihn, sonst hau er dich. Nein. Er ist in Konterhaltung gegangen. Ha. DUDUDUDUM. DUDUDUM. DUDUDUDUM. 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 NEIN. Hahaha. Er ist sehr weh getan. So, erst war es. Stirb. Was ist denn da passiert? Ich habe eine Höhle mit einem Blitz! Oh, Entschuldigung! Was ist denn da passiert? Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Ich glaube, er konnte noch? Nein, er ist aus der Puste, weil er angepistet war. Ah! Ah! Oh! Oh! Yes! Suck on that! Hey! Shitty walk! Shitty walk! Willkommen zu Shitty walk! Kesselbeerchen und Kuchenhaapen! Goddamn, ich gehe in! Ah! Ah! Was denn? Hä? Was denn? Oh, mein Gott! Ich sah zwei Rats, die letzte Mal in der Bar waren. Ich werde wahrscheinlich da noch essen. Hä? Hä? Ich will halt nicht gegen dich kämpfen. Rät halt mit ihm! Hey, no fighting in here! Ah! Ah! Hey, no fighting in here! Hello! Welcome to Shitty Walk! Take all the prayers! Only thing we're serving today is a Mongolian beef. Mongolian beef so good! Oh, I just love it! Oh, hello, Mongolian! Uh! Ahem! Shh! Mongolians are watching! They conquered me last week! Act natural! Oh, yeah! Mongolian beef! Mmm! So tasty, right? Wow! It's not tasty at all! It grows! Don't eat it! You eat a Mongolian beef, you shit your pants for five days! All right, Mongolian! Please! You gotta help me out! The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door! I'll keep the adults occupied to here! You go top a tower and beat up all their kids! Beat up all the Mongolian kids! The Mongolian think this neighborhood is not a safe place! They move away! Go, go! Beat up the little Mongolian kids! Oh! Hello, Mongolian! Mongolian beef smells like a Rhino Richie's asshole! Sorry, I already got a friend! Well, hello there, Jimbo and Ned! Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place! You remind me of a guy I served with in Nam! Remember, you can legally kill anything in self-defense! Do you need to borrow my voice box? You remind me of a guy I served with in Nam! What do you mean? What do you mean? What do you mean? I'm going to look at it! Okay! Howdy there! I haven't seen you before! You must be the new kid that moved to town! And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place! South Park is chock full of things you shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast! How much can I sell to a miner? Thanks to the stupid Democrats! But if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff! You should buy a copy of the Hunter's Guide to South Park Wildlife! This book thingy here! 2 Ah, Spielzeug eure Oder die Baseballkarten! Yeah! So, jetzt hast du ein bisschen Geld Bist grad am Verkaufen Ach so, wo? Bist grad am Verkaufen, Reiter Ach so, da kann ich aber den Schurken durch gleich wegkauen Kannst du machen, ja! So! Dann müssen wir natürlich, genau! Fügt Einrüstung mit hoh und schwächfeindlicher Angriff reduziert Schäden durch angewidert um 25 Das ist doch gar nicht schlecht! Schützt vor stinkenden Gasangriffen Nice! Mit der Brille drunter, warte, jetzt müssen wir noch Ach du willst die Brille ausziehen? Ja! Okay! Ausnahmweise! Ausnahmweise! Den Zaubererbart könntest du, aber den sieht man jetzt nicht unter der Ein bisschen! Ein bisschen, ja! Ach so, das ist ja kein Zaubererbart Wenn du Y drückst, könntest du die Farbe sogar ändern Das sind die ganzen Farben, die man schon hat Balla, jetzt bin ich gegen den Tisch gekommen! Oh nein! Wirklich! Also! Lila Bart! Ach, die Farben, die anderen sind... Die schwarz... Die links oben ist schwarz, ist schwarz! Ah, okay! Schwarzer Bart! Dunkelgrüne Haare! Ne! Hehehe! He he he.